Hey Johannes hier für 1&1 CubeTube und in diesem Video vergleiche ich das Huawei P30 Pro mit dem neuen Honor 20 Pro. Fangen wir am besten mit dem Display an. Immerhin die Komponente, die als erstes ins Auge springt und die man die meiste Zeit nutzt. Das Huawei P30 Pro verfügt über einen 6,47 Zoll OLED Screen mit einer Auflösung von Full HD+. Wie man sehen kann, ist die Frontkamera in eine Duo Drop Notch eingelassen und dank des OLED Screens bekommen wir hier natürlich einen tollen Kontrast mit echten Schwarzwerten und knalligen Farben. Das Honor 20 Pro bietet 6,26 Zoll, ebenfalls Full HD Plus Auflösung, aber kein OLED. Wie man aber im Vergleich sehen kann, ebenfalls schöne Farben und was meiner Meinung nach noch viel cooler ist, es kommt eine Punchhole für die Frontkamera zum Einsatz. Für mich die eleganteste Lösung, die Frontkamera im Display unterzubekommen. Von der Performance her dürften beide Smartphones so ungefähr gleich auf sein, denn sie setzen beide den Kirin 980 SoC ein. Kommen wir mal zum Speicher, denn das P30 Pro lässt sich durch eine NM-Card im Speicher erweitern, das Honor 20 Pro leider nicht. Beim Huawei P30 Pro ist die Kamera ja das absolute Highlight. 40 Megapixel, Superweitwinkel und eine Telefotolinse mit 5-fach optischem Zoom, 10-fach Hybrid-Zoom und 50-fach Digital-Zoom und dazu der unglaublich gute Nachtmodus. Das Honor 20 Pro will diese Kamera zumindest ein wenig angreifen und bekommt das auch einigermaßen gut hin. 48 Megapixel, Superweitwinkel, 3-fach optischer Zoom, 5-fach Hybrid-Zoom und 30-fach Digital-Zoom. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und im ersten Test sah das Ergebnis auch richtig gut aus. Auch der Nachtmodus steht zur Verfügung, der so ähnlich arbeitet wie beim P30 Pro. Beide Smartphones sind top verarbeitet und bieten auch ausgefallene Farben, wie man hier sehen kann. Was man hier noch gut sehen kann, Honor setzt auf einen Fingerabdrucksensor an der Seite. Auf jeden Fall eine gute und natürliche Position, um sein Smartphone zu entsperren. Huawei hat ja beim P30 Pro den Fingerabdrucksensor unter das Display gepackt. Was für ein cleaneres Design sorgt. Und hier im direkten Größenvergleich seht ihr natürlich auch nochmal, dass das Honor 20 Pro ein bisschen kompakter ist als das Huawei P30 Pro. Beide Smartphones setzen auf einen 4000 mAh Akku, der euch auf jeden Fall gut durch den Tag bringen sollte. Beim Honor gibt es 22,5 Watt Supercharge. Beim Huawei gibt es 40 Watt Supercharge. Also es ist hier beim Huawei dann doch ein bisschen schneller beim Aufladen. Außerdem unterstützt das P30 Pro auch noch das kabellose Aufladen. Was beim Honor 20 Pro nicht möglich ist. Wie ist also jetzt mein Zwischenfazit nach dem ersten Vergleich der beiden Smartphones. Mit dem Honor 20 Pro bekommt das Huawei P30 Pro Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Ein cooles Design, eine gute und vielseitige Kamera gepaart mit einem deutlich niedrigen Preis. Das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Wer auf High-End Features wie ein OLED-Screen, kabelloses Laden, 40 Watt Supercharge, 5-fach optischen Zoom oder einen In-Screen Fingerabdrucksensor verzichten kann, der bekommt mit dem Honor 20 Pro eine günstige Alternative zum P30 Pro. Und das war mein Vergleich zwischen dem Huawei P30 Pro und dem neuen Honor 20 Pro. Ihr habt gesehen, das 20 Pro ist ein bisschen kompakter, hat eine ähnlich gute Kamera wie das P30 Pro. Aber das P30 Pro liegt an einigen Stellen natürlich doch eine Nase weit vorne. Und das rechtfertigt dann natürlich auch den etwas höheren Preis. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesen beiden Geräten habt, dann haut sie einfach unten in die Kommentare. Und wir werden versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns hier natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr unseren Kanal abonniert, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!